ein projekt das einfach mal so 35 prozent der eigenen tokens komplett verbrennt ein ideo mit 3300 prozent gewinn und stablecoin pools mit über 1000 prozent jahreszinsen das ist das was man bekommt wenn man früh in ein ökosystem einsteigt und ich kann echt sagen also moon river macht zurzeit so richtig viel spaß und es hat noch gar nicht mal richtig angefangen in diesem video geht es um folgendes bei moon swap gab es diese woche jede menge drama was dann dazu geführt hat dass das team alle tokens die bei denen noch im besitz befindlich waren komplett verbrannt hat und das entsprach tatsächlich 35 prozent des gesamtsupplies es geht um den um den mswap token und darüber möchte ich kurz sprechen als nächstes geht es um den saturn beam ideo bei dem es wirklich 3000 prozent gewinn gab auf der einen seite auf der anderen seite aber auch wieder nicht und darüber möchte ich gerne sprechen und dann geht es um one swap one swap ist ein stablecoin exchange der jetzt neu auf moon river gestartet ist und da gibt es zurzeit über einen umweg 1000 prozent api ich zeige wie das geht man muss sich ein bisschen beeilen weil diese hohen api halten nie besonders lange ich könnte mir gut vorstellen dass diese woche für das moon swap team ziemlich stressig war es gab eine ganze menge anschuldigungen und behauptungen aus der community bezüglich der tokenomics von mswap es geht um diesen tweet hier da nimmt moon swap tatsächlich stellung zu diesen anschuldigungen und hier findet sich ein medium artikel in dem das alles aufgeführt ist gehen wir da einfach mal rein es geht darum dass das team von moon swap den mswap token auf die community gedammt haben soll obwohl das so eigentlich gar nicht vorgesehen war in den tokenomics und dazu hatten haben leute aus der community ermittelt dass aus dem team wallet zunächst einmal 4200 mswap tokens verkauft wurden direkt und dann über sechs weitere wolle indirekt nochmal um die 5000 wir sprechen also von insgesamt circa 10.000 mswap tokens das ist insofern beachtlich dass der gesamtsupply des mswap tokens ja bei 100.000 liegt und das auch als maximale obergrenze das heißt also der mswap tokens werden nie mehr als 100.000 mswap tokens rauskommen zehn prozent des gesamtsupplies wurden also innerhalb ganz kurzer zeit auf die community gedammt das hat dem kurs des mswap tokens nicht besonders gut getan man sieht hier also allzeit hoch lag so bei 300 340 würde ich sagen 340 337 ist hier angezeigt also 337 dollar und wir sind inzwischen bei 92 dollar das ist natürlich sehr ärgerlich insbesondere weil man ja um an dem saturn beam ido teilnehmen zu können 50 mswap tokens staken musste zumindest wenn man in der ebene sein wollte wo man am meisten berücksichtigt wird da waren also 50 mswap token nötig die waren dann auch während des idos für eine woche da gesteckt die kamer konnte man auch nicht entnehmen so dass also in dieser ein woche wo diese 50 mswap tokens gesteckt waren wo man die nicht entnehmen konnte dann eben dieser dampf passiert ist man konnte also nicht vernünftig darauf reagieren sehr ärgerlich ich war gehörte auch zu denjenigen die ihre tokens gesteckt haben weil ich beim saturn beam mitgemacht habe ich sehe das ganze aber relativ entspannt weil das sind so sachen wenn wir sind hier ganz am anfang kein mensch weiß was aus diesem projekt wird ob das irgendwie noch richtig durchstartet kann man nicht sagen und wann das passieren wird also wir sind definitiv ganz am anfang hier kann noch eine ganze menge passieren das sind eben so dinge die muss man in kauf nehmen wenn man früh in dem ökosystem drin ist das team hat jetzt auf diese anschuldigung reagiert und hat zum einen also dargestellt dass nur 4200 mswap tokens tatsächlich vom team verkauft wurden das ist natürlich passiert ist ja irgendwie auch logisch das team fängt an mit sagen wir mal das projekt hat bisher noch gar keine einnahmen erzielt ist ja erst am anfang und irgendwo von muss das team ja leben auch arbeit bezahlen und so und deshalb wird wird dann natürlich irgendwann der eigene token wenn er rauskommt auch verkauft das finde ich irgendwie total logisch und der rest die restlichen 5000 tokens die gingen an marketing und promotion also sagen wir mal das sind so influencer oder irgendwelche leute die dem projekt irgendwie helfen strategische partner und so weiter und ich muss dazu sagen ich gehöre natürlich nicht dazu denn mein kanal ist viel zu klein also ich bin auf deren radar überhaupt nicht existent also diejenigen die dem team geholfen haben also influencer marketing und so weiter haben 5000 mswap tokens insgesamt bekommen um das zu tun und da die haben dann einfach ihre tokens auf den markt gedammt das lag daran dass als der deal geschlossen wurde alle davon ausgegangen sind dass der token preis bei fünf bis 20 dollar lag und als er dann bei 300 ankam der kurs haben alle die gelegenheit genutzt um schnell ihre tokens loszuwerden das ist ja irgendwie auch verständlich wenn man auf dem all time high ist dass man dann irgendwann also geht man davon aus dass man irgendwie fünf dollar pro token kriegt und dann irgendwann ist er bei 300 dass man dann die gelegenheit wahrnimmt und da auch direkt aus cached ist aber trotzdem natürlich eher ungeschickt gewesen diesen deal so zu machen man hätte zum beispiel die tokens auch westen können die man denen gibt also das heißt dass die erst schrittweise freigegeben werden man hätte genauso gut auch ein deal in us dollar machen können statt in tokens das finde ich aber wiederum ein bisschen problematisch weil wenn so ein projekt neu startet hat man ja eigentlich noch gar keine dollar in der kriegskasse da muss man also irgendwie sehen dass man wenn man jetzt ein deal macht und sagt irgendwie du kommst jetzt 20.000 dollar in zwei wochen nach dem launch und der kurs ist jetzt niedrig da muss man ja trotzdem dampen um überhaupt 20.000 dollar aufzutreiben finde ich also problematisch aber genau das ist das was das team jetzt in zukunft machen möchte nämlich wenn sie nochmal die jetzt abschließen dann in us dollar und nicht in einem token dessen kurs unbekannt ist wo man dann irgendwie also tausende prozente an gewinn machen kann als derjenige der auf der anderen seite des deals steht und das zulasten der community das möchte man dadurch verhindern dass man also jetzt deals nur noch in us dollar abschließt und das ist also die eine maßnahme und die andere maßnahme die hier ergriffen wurde und die ist echt ziemlich spektakulär die bestand darin dass man 35.000 mswap tokens verbrannt hat das funktionierte so also dass alle 100.000 mswap tokens waren ursprünglich im wallet des teams drin und die von da aus gingen dann die tokens in die liquiditätspools in die yield farming pools und natürlich auch an die influencer und so weiter und der rest von 35 mswap tokens der immer noch beim team drin war der auch nicht gelockt war und nicht gewestet war den hat das team jetzt einfach verbrannt in einer einzigen transaktion das heißt 35.000 mswap tokens sind weg das team hat jetzt keine tokens mehr die es dampen könnte zumindest nicht mehr direkt im wallet schauen wir kurz in diese transaktion rein hier steht es auch token burning 35.000 mswap hier kann man sich auch die details angucken und wenn man hier bei den token transfers guckt dann sieht man hier auch dass also 35.000 mswap tokens das hier sind 18 nachkommastellen die hier mit abgebildet sind deshalb ist diese zahl so groß dass die verschickt wurden an die nuller adresse die nuller adresse gehört niemandem die hat also da hat keiner zugriff drauf und deshalb sind diese tokens jetzt für immer weg und das entspricht tatsächlich also 35 prozent des gesamtsupplies es gibt jetzt also nur noch insgesamt jemals 65.000 mswap tokens und nicht mehr 100.000 und das ist natürlich schon eine ganz erhebliche supply verknappung das soll jetzt irgendwie dazu dienen hier vertrauen aufzubauen muss man also ein bisschen überlegen einerseits ja ist richtig also das team hat jetzt reagiert andererseits naja also es ist schon von vornherein irgendwo ein bisschen ungeschickt also mindestens mal ungeschickt dass man sich den gesamten token supply erstmal ins eigene wallet reinzieht um von da aus dann zu verteilen und damit dann also komplett frei zu sein was die verteilung dieser tokens angeht sehr ungeschickt denn das ganze riecht natürlich auch ein bisschen nach einem rug pull und man muss jetzt einfach mal sehen wie es weitergeht ich glaube aber nicht dass es ein rug pull ist weil ein rug pull kann man auch viel einfacher aufziehen das hier ist doch sehr 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 aufwendig hier steckt sehr sehr viel arbeit drin man macht zwei idos man entwickelt irgendwie drei verschiedene webseiten man schreibt eine dokumentation und so weiter arbeitet wochen über wochen an diesem projekt und um dann am ende ein rug pull zu machen den man eigentlich auch mit einem einfachen klon erreichen könnte also ich halte es für extrem unwahrscheinlich aber ausgeschlossen ist das ganze natürlich nicht saturnbeam ist ein yield aggregator der jetzt ganz neu gestartet ist auf moon river und saturnbeam übernimmt quasi das yieldwarming für einen in einer automatisierten optimierten art und weise also es holt regelmäßig die rewards ab und legt sie wieder in den pool ein das muss man nicht selber machen und dadurch dass saturnbeam das sehr häufig macht also zum beispiel alle fünf minuten oder alle drei minuten ergibt sich eben auch eine sehr viel bessere zinseszinsentwicklung als da als wenn man das selber machen würde und der sat token das ist der token von saturnbeam ist gelauncht worden über einen ido vor zwei wochen auf moon swap und über diesen ido möchte ich jetzt mal sprechen ich möchte zeigen hat sich dieser ido gelohnt ja oder nein der ido war sehr gut nachgefragt und das hat dazu geführt dass es eine obergrenze gab beim invest von 0,83 mover das auch nur wenn man in der ebene 4 drin war das heißt man musste 50 m swap tokens staken die waren auch für eine woche festgelegt und für diese 50 m swaps die man gestakt hat die man also nach einer woche wiederbekommen hat wurde man mit 0,83 mover tokens maximal invest berücksichtigt der kurs war zu dem zeitpunkt als der ido war also das war der 28.9 lag der bei 335 us dollar und das ergibt ein gesamt invest von 278 us dollar das sieht relativ niedrig aus liegt eben daran dass es diese obergrenze gab mehr konnte man nicht investieren bekommen habe ich dafür 83 sat tokens und der kurs des sat tokens liegt zurzeit bei ungefähr 100 us dollar sagen wir jetzt mal 96 us dollar das schwankt natürlich und das ergibt dann ein gesamt wert der 83 sat tokens von 7.970 us dollar also das ist ja erstmal ganz schön gut als erlös 278 us dollar invest 7.970 us dollar rausbekommen ist aber noch nicht die ganze wahrheit weil der sat token hatte zwischenzeitlich mal ein all time high von 149 us dollar und wenn man da also verkauft hätte dann hätte man einen erlös von 12.370 us dollar gehabt ziemlich gut aber natürlich gibt es einen haken und zwar man hat tatsächlich nur 8,6 sat tokens erhalten nicht 83 das ist auch soweit total okay das war so angekündigt und das war auch so geplant denn der rest der tokens ist erstmal gewestet über die nächsten monate damit auch die leute die leute die beim ideo mitgemacht haben nicht die sat tokens alle auf einmal dampen nach dem ideo und der kurs dann abschmiert und deshalb sind erstmal nur 8,6 sat tokens im wallet angekommen und das ergibt dann bei dem kurs von 96 us dollar eben 825 us dollar die zahlen sind hier alle so ein bisschen gerundet weil es ist ja auch keine exakte wissenschaft und der rest also die restlichen sat tokens sind erstmal gewestet also für längere zeit weg man kommt da nicht ran der erlös der jetzt unmittelbar nach dem ideo erzielt wurde ist also 825 us dollar das ist also aber eigentlich auch nicht so schlecht denn 278 us dollar invest 825 us dollar return und dann natürlich noch die aussicht darauf dass man noch mehr also fast 90 prozent des gesamten erlöses später noch kriegt zu einem relativ unbekannten kurs es besteht also die chance dass der kurs des sat tokens tatsächlich noch steigt und dann wäre das natürlich ein super deal gewesen wahrscheinlicher ist aber dass der kurs des sat tokens eher runter geht und der deal dann eben auch okay ist aber eben nicht so sensationell das ist aber leider auch noch nicht alles denn ich habe ja auch noch 50 m swap tokens gestaked und die hatten zu dem zeitpunkt wo der ideo war einen kurs von 240 us dollar bedeutet also 12.000 us dollar mussten irgendwie investiert werden aufgebracht werden die sind zwar nicht weg die 50 m swap tokens sind nicht weg die waren aber für eine woche festgelegt da ist ja dann genau auch dieses ganze drama passiert wo das team angeblich die m swap tokens gedammt hat was dann aber wohl irgendwie die influenza waren die irgendwie tokens bekommen haben um das projekt zu promoten und so weiter habe ich ja irgendwie vorher kurz erzählt und genau da ist dann eben der kurs vom m swap token gecrasht auf als dieser ideo zu ende war und als sie sieben tage westing beziehungsweise sieben tage log dieser 50 m swap tokens aufgelöst war da lag dieser kurs nur noch bei 140 us dollar und das ergibt dann also ein gesamtwert der m swap tokens von 7000 dollar insgesamt also 5000 dollar verlust in den sieben tagen während des idos und das ist natürlich eher ein ziemlich schlechter deal gewesen aber so ganz schlecht ist es auch wieder nicht gewesen denn man muss das jetzt mal so sehen man hat ja die 50 m swap tokens immer noch und dieser verlust ist ja nur existiert also existiert ja nur wenn man auch wirklich jetzt auf diesem niedrigstand verkauft hat wenn man die m swap tokens behält klar kann es sein der kurs geht weiter runter kann aber natürlich auch sein dass er wieder steigt mal schauen man weiß es nicht die m swap token sind ja quasi eine voraussetzung dafür dass man auch am nächsten ideo teilnimmt also ist jetzt im moment mein plan einfach mal die m swap tokens zu behalten und zu warten was beim nächsten ideo rauskommt und vielleicht kann man ja wenn der entsprechend gut läuft da wieder einen teil zurückholen ist aber natürlich riskant so die frage ist jetzt natürlich was haben wir wirklich für diese tokens bezahlt und da gibt es so eine rechnung die natürlich wenn man die jetzt kritisch hinterfragt auch nicht so ganz stimmt aber ich sag mal so was ist jetzt der wahre einkaufspreis des sat tokens gewesen wenn man diese ganzen dinge einbezieht dann muss man im prinzip ja rechnen dass man auf der einen seite 278 us dollar investiert hat 5000 us dollar verlust gemacht hat während des idos das heißt also 5278 us dollar habe ich gezahlt um in diesem bei diesem ideo mitzumachen dafür bekomme ich 83 sat tokens zu einem kurs von 96 us dollar das lasse ich aber jetzt mal komplett außen vor weil ich bekomme die ja nicht ganz sondern ich nehme mal an wir reden einfach von den 825 us dollar die jetzt real da sind die ich also jetzt tatsächlich realisieren kann und das kann ich also alles zusammenrechnen das sind also dann 278 dollar invest plus 5000 dollar verlust das sind meine kosten erlöst habe ich 825 dollar und diese summe die teile ich dann durch die 83 sat tokens die ich irgendwie insgesamt bekomme und das ergibt dann eben einen einkaufspreis von 54 us dollar pro sat token und so kann ich mir im grunde diesen ganzen vorgang erstmal schön rechnen denn der kurs liegt ja jetzt bei um die 100 dollar und das wäre ja quasi auch dass ich meinen invest verdoppelt hätte über diesen ido das ist jetzt natürlich eine gute gelegenheit mal zu überlegen ob man sich die 50 m swap token sofern man sie noch nicht hat jetzt mal zulegt die man für die idos braucht denn es werden ja noch weitere idos kommen hier ist die entwicklung des kurses des m swap tokens allzeit hoch ungefähr bei 340 dollar ist jetzt quasi auf niedrigstand von 93 dollar die frage ist geht das jetzt noch weiter runter wahrscheinlich schon aber sicherlich wenn man an einem ido teilnehmen möchte muss man einfach so wie ich das gerade auch in der grafik gemacht habe das so ein bisschen als kosten einrechnen das heißt das verrechnet man einfach mit dem einkaufspreis der tokens die man kauft dann ist es aus dem sinn ist quasi eine eintrittsgebühr und wenn man dann später wenn man das ganze wieder auflöst seine m swap token sich zurückholt dann ein bisschen was verdient dann hat man natürlich irgendwo auch noch ein bisschen spaß an der ganzen sache das ist aber eine geschichte die ihr euch selber überlegen müsst schaut euch auch den ido guide an von moon swap den findet ihr also hier im moon pad das ist das launchpad von moon swap das ist also unter ido moon pad.in hier der ido guide der sieht folgendermaßen aus das hier ist quasi hier wird quasi beschrieben wie man wie man da reinkommt wie man die tokens staked und so weiter und hier unten sind die verschiedenen tiers über die man an dem ido teilnehmen kann tier 1 bis 4 tier 1 ist finde ich relativ uninteressant man braucht zwar nur 20 moon tokens der moon token liegt irgendwo bei im einstelligen dollar bereich ich weiß gar nicht wo der jetzt gerade steht aber also 20 reden wir hier über irgendwie was weiß ich 20 bis 200 dollar oder so invest aber total uninteressant weil die zuweisung die zuteilung der tokens die man bekommt erstmal von der gesamtmenge der tokens die verkauft werden bekommen alle die in tier 1 sind teilen sich alle die in tier 1 sind 5% das ist schon mal recht wenig die zuteilung ist aber noch nicht mal garantiert weil das ganze läuft über ein lotterie verfahren nicht jeder bekommt ihr auch tatsächlich dann tokens aus dem ido raus da lohnt meiner meinung nach die mühe und die arbeit nicht und beim nächsten tier ist wenigstens die zuweisung garantiert man muss dann auch schon 50 moon tokens staken dafür bekommen an alle die in tier 2 sind 10% ich nehme an dass das hier quasi der tier level ist auf dem quasi die allermeisten sein werden weil es ist erstens günstig und zwar zweitens kriegt man noch eine garantierte zuweisung aber eben nur von 10% der gesamt tokens sie verkauft werden richtig spannend sind eigentlich tier 3 und tier 4 wobei tier 4 60% bekommt und tier 3 nur 25% das heißt also hier ist quasi so ein hier wird quasi so versucht irgendwie die leute zu intensivieren doch in tier 4 reinzugehen und ich muss sagen also bei mir hat das tatsächlich auch geklappt denn ich wollte einfach zu denen gehören die hier 60% von der gesamtmenge bekommen und gleichzeitig auch eine garantierte zuweisung weil so ein idea ist auch arbeit man muss sich dann zum richtigen zeitpunkt da hinsetzen vorher registrieren und so weiter möchte da möchte ich auch irgendwie dass da was rauskommt das muss aber jeder für sich selber überlegen es ist euer risiko und deshalb macht euch selber schlau one swap ist ein sogenannter stable swap oder ein stable coin dex das ist also ein exchange bei dem man nur stable coins gegeneinander tauschen kann sieht man hier es gibt nur diese vier assets usdc usdt die und b usd alle stable coins die an den us dollar gebunden sind und die kann man nur tauschen in andere stable coins also in kombinationen untereinander andere assets gibt es hier nicht und warum braucht man das ganze das liegt daran dass der preisfindungsalgorithmus der hinter normalen exchanges wie zum beispiel uniswap steckt oder auch hinter moonswap nicht gut geeignet ist für stable coins denn die preisschwankungen bei diesen exchanges sind zu groß um vernünftig bei stable coins zu funktionieren ein stable coin sollte ja immer ungefähr ein us dollar wert sein das heißt es ist schon ziemlich katastrophal wenn der kurs plötzlich nur noch 0,95 ist oder 0,91 oder sowas das ist zwar bei volatilen assets nicht so entscheidend aber weil sich das ja auch schnell wieder zurückentwickelt aber bei einem stable coin ist das schon fatal weil man macht ja dann mit einem trade auf einmal 5 prozent 10 prozent verlust bei einem asset das eigentlich im wert stabil sein sollte und insofern braucht es einen eigenen algorithmus mit dem hier die preisfindung stattfindet und darüber habe ich ein video gemacht vor einiger zeit das ist schon was älter und das werde ich jetzt hier irgendwie mal einblenden dann könnt ihr da nachschauen wenn ihr wissen wollt wie stable coin swaps funktionieren das ist glaube ich am beispiel von ellipsis auf der beinen smart chain und hier gibt es um damit das ganze funktioniert zwei pools der eine pool das ist ein pool der besteht aus drei stable coins nämlich usdc usdt und die da sind im moment 800.000 also ab 900.000 us dollar drin und in dem zweiten pool wo der busd mit beteiligt ist sind 230 ungefähr 1000 dollar drin das ist noch relativ überschaubar wenn man das mal vergleicht mit den großen marktführern wie zum beispiel curve bei curve gibt es glaube ich milliarden dollar die in einem solchen pool drin sind hier reden wir gerade von insgesamt also einer millionen us dollar hier kann man aber einzahlen seine stable coins und bekommt dann einen teil der trading fees die hier entstehen also es gibt hier immer auch irgendwie eine kleine gebühr und die kommt denen zugute die hier einzahlen wenn man hier einzahlt dann ist es egal in welcher kombination man einzahlt es reicht auch wenn man nur us dc rein tut man kann auch eine mischung einzahlen man kann eben auch nur eins davon nehmen das ist in diesem fall egal ist vielleicht ein wichtiger unterschied zu uniswap und so wo man ja immer den gleichen us dollar wert einlegen muss und das heißt also man kann hier eine einlage machen dann hat man sogenannte lp tokens die dann also den anteil den eigenen anteil an diesem pool hier repräsentieren und die kann man dann hier eben in den farms staken und bekommt dann eben eine apr von 33 beziehungsweise 32 prozent welchen pool man hier also welche farm man hier wählt das hängt davon ab in welchen pool man eingezahlt hat die überlegung was man hier macht ist hängt natürlich davon ab erstens natürlich was für assets man überhaupt hat und die zweite sache ist hier ist quasi sehr viel drin in dem pool hier ist eher wenig drin in dem pool oder in der farm gestaked und die aprs unterscheiden sich muss man sagen 33 prozent zinsen pro jahr auf stable coins ist natürlich ziemlich ziemlich gut die zinsen bekommt man in form von one swap tokens der token hat zurzeit einen kurs von 0,0098 also ungefähr einen dollar cent was sehr wenig ist ich glaube aber nicht dass sehr viel hoffnung besteht dass das hier also sich entwickelt zum beispiel auf 10 dollar oder so denn die tokenomics sind hier wenn man hier in die dokumentation guckt schon ziemlich gegen diese kursentwicklung eingestellt also es gibt irgendwie eine sehr 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 große menge an tokens an one swap tokens die insgesamt da sind und wenn der auf 10 dollar steigen würde dann wird der wahrscheinlich irgendwie den bitcoin an marktkapitalisierung überholen was ja total unwahrscheinlich ist insofern also hier darauf hoffen dass das richtig hoch steigt ist eher unhalte ich also für nicht so sinnvoll man sieht aber durchaus also 33 prozent das heißt wenn man diese tokens hier dann irgendwann bekommt und verkauft dann ergibt das einen gewinn von 33 prozent vorausgesetzt dieser kurs hier bleibt so und fällt nicht weiter was ja auch passieren kann das ist schon ganz ordentlich aber versprochen waren ja 1000 prozent ap buy und dann zeige ich jetzt kurz wie das ganze geht wenn man hier in diesen pool eingezahlt hat dann geht man nicht hier aufs farming sondern man geht zu saturn beam und bei saturn beam gibt es hier quasi die auswahlmöglichkeit one swap und hier kann man seine pool tokens die man eben bekommen hat durch die einlage dann einzahlen und man bekommt hier dann 38,6 prozent jahreszins auf diese einlage schon mal allein durch das yield farming das saturn beam hier automatisiert vornimmt also man muss selber jetzt nicht mehr bei one swap die rewards abholen das macht saturn beam automatisch das auch in einer optimierten art und weise deshalb werden aus den 33 prozent lpa hier 38 prozent fast 40 prozent man muss sich das mal vorstellen man hat also sagen wir mal 10.000 us dollar und lässt die ein jahr lang hier liegen und hat dann eben 14.000 us dollar alleine dadurch was ja schon ziemlich gut ist wenn man das mal vergleicht mit anderen einlagen zum beispiel in irgendwelchen euro anlagen die jetzt nicht wertpapiere sind sondern irgendwelche festen anlagen sagen wir mal staatsanleihen oder so ist ja nicht die rede davon was dafür zinsen sind also 40 prozent zinsen auf ein stabiles asset schon mal ziemlich gut und dann bekommt man aber zusätzlich noch saturn beam tokens im wert von ungefähr 1670 prozent pro jahr das ist natürlich enorm aber das ganze ist nicht stabil sondern das ganze wird sich verändern zum einen wenn mehr leute in diese pools reingehen dann werden sowohl diese api als auch diese api sinken es hängt auch vom kurs des saturn beam tokens ab es hängt vom kurs des one swap tokens ab das ganze ist also eine sache die man wirklich nur für kurze zeit hier genießen kann irgendwann wird das ganze runter gehen und nicht mehr so schön sein dann wird es Zeit woanders hinzugehen das eine das andere ist es eine hoch riskante angelegenheit weil weder saturn beam noch one swap haben sich in irgendeiner form etabliert es gibt kaum erfahrungswerte man ich glaube es gibt noch nicht mal richtige audits auf diese protokolle das ganze ist noch sehr früh und deshalb auch eben extrem riskant es kann jederzeit ein hack passieren es kann ein rug pull sein es kann ein scam sein die kurse können einbrechen und so weiter also bei diesen api bei diesen hohen api lohnt es sich vielleicht einfach mit einer kleinen summe hier mit zu machen das müsst ihr aber selber entscheiden wie gesagt es ist euer risiko und macht euch selber schlau so das war es jetzt von meiner seite ich wünsche jetzt erstmal noch eine schöne woche viel spaß beim yieldfarming alles gute ich melde mich wieder wenn es was neues gibt bis dahin tschüss bis jetzt